so liebe leute hier ist ja hier bin ich wieder zurück der achsel und wir spielen bioshock 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 weyford deutsch ehrlich wir spielen bioshock in finnelt wir sind hier in der stadt gelandet wir wurden gerade ertränkt deswegen fehlt uns auch ein bisschen leben und auf jeden fall ich habe mal die lichtstrahlen ein bisschen runter gedreht wird meine grafik hat ein bisschen entlastet wird gerade weil das ist ja der hammer das ist ja schaut ich mache das mit dem wasser und alles an das sieht so hammer grafik mäßig geil aus ich krieg eine krise hier und wir starten hier gleich mal in die stadt rein jetzt bin ich mal gespannt jetzt bin ich mal gespannt geiles ding ich hab noch nie austern gegessen ich hab noch nie austern gegessen sie ist schlimmer habt ihr mich auch gerade was gesagt erzählt mal was wäre doch geil dann blästig wenn gebäude nicht rechtzeitig andocken gestern musste ich die gondel nehmen dicht an dicht mit lauter gesindel morgen freut mich sehr das ist das hier gratis oder was ist hier irgendwas kann ich mit dir reden warum kann ich mit dir reden alter sieht das geil aus fresh popcorn 1 euro 1 dollar meine ich gut bier ein perfekter tag für die feier vater comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben voll die gebäude hier rumfliegen das ist doch der hammer das müsste ihr vater sein diese statu ich finde sie bringt vater comstocks totale göttlichkeit nicht rüber ja super mögen gibt's nicht für eine liberty scout da zählen keine wünsche nur pflichten für einen liberty scout was erzählt ihr ich sag dir sollten stolz ist der richtige der ist für glaube familie und vaterland wer kann da schon dagegen sein guckt euch da hinten die gondeln an ist ja cool jetzt hör aber auf mit diesem gerede manchmal weiß ich nicht erziehe ich einen schlaukopf oder einen schwachkopf ja ist wichtig was steht hier drauf ganz columbia fired schön delikatessen vox populi hier vox populi da was heißt vox populi überhaupt verdammt das ist latein es heißt latein ja was heißt denn vox populi verdammte grütze erklärt mir das doch mal einer also ich dachte ja gleich der Kellner hat so einen ganz leichten akzent beschuppten Ossi nöster alter das ist ja geil guten tag bürger sie sehen fit aus bin ich auch guck mal ich kann springen aber ich komm hier nicht rein ich sehe sie treiben gern sport ich bin hier für den griechisch römischen stil wenn sie wollen demonstriere ich sie ihn gerne ähhh ja komm hier und lass uns prügeln Uuuhh! Wo hat denn hier das Wasser her? Alter, das sieht doch geil aus. Sieht das geil aus? Ich komm hier aber nur nicht so rein. Ich möchte hier gerne irgendwo rein. Ach, krass. Herrlich. Wenn der zufrieden sagt, dass die Gehltur, das Sodom unter uns zurechtschaften hat, führen wird. Propaganda nenn ich das mal hier. Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Ach, gibt's ne Verlosung? Kann ich da was hier drin? Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Cool. Ich bin grad ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Mülltonne durchsuchen, na Kehler? Du bist ne Mülltonne, wa? Wer ist dieses Mädchen? Wer ist Mädchen denn? Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun, wieder Musik. Ausmachen hier. Ruhe. So liebe Leute, das ist ja der Kracher, was hier in Columbia los ist. Das Telefon können wir nicht benutzen, das Radio können wir nur wieder einschalten. Gesundheit haben wir jetzt wenigstens wieder voll gemacht. Und ich bin gespannt, hier ist ein bisschen dunkel gerade drin, sehe ich. Also, sehe ich halt nicht, deswegen sehe ich es ja nicht. Apple, hier ist wohl noch ein Schloss davor. Da ist schon noch Kracher hier, wie es hier aussieht. Alter Leute. Meine Fresse. Guckt euch das nochmal an? Das guckt das, ich bin sprachlos. Und du? Auch. Boah, ich krieg ne Krise. Was soll man hier noch erzählen? So. Aber Fick Präsentierer. God only knows. Die Musik von morgen schon heute. God only knows what I'd be without you. Cool. Also entschuldigt, da ich hier so ein bisschen leiser bin jetzt gerade. Aber ich bin baff. Also man hat ja jetzt seit vier Jahren nur irgendwelche Grafiken, Grafiken, also Grafiken, Quatsch. Schwaler gesehen. Oh, Salz. Wir können craften bestimmt. Alter, ist das ja... Soll das eine offene Welt sein? Ich weiß noch gar nicht, was hier los ist eigentlich. Oh, lass lieber auf, was du sagst, mein Freund. Solches Gerede fällt auf. Wehrt mir bloß nicht so ein Finken, radikaler John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Was ist ein Vox Populi, Mensch? Erzählt ihr mal was? Ihr habt doch mal was zu erzählen, kleine Kitties. Da ist fast, das kann man noch durch suchen. Der ist leer. Abweißen. So, wir sind auf jeden Fall energiemäßig schon wieder sehr gut drauf. Wir können auf Rösenbüschen gehen, das ist ja auch cool. Und wir hören noch den A Cappella Gesang da hinten. Ah, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegram für Sie! Telegram für Sie, Sir! Das ging ja schnell. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 77 ziehen, stop. Lutez. Was zum... Geh nach Mount Island und finde das Mädchen. Haben wir erledigt. Ne, haben wir nicht. Wir müssen nach Mount Island. Mount Island. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Das Fenster auf, da kann man nicht rein. Wir können ja auch durch gucken. Alter, sieht das geil aus. Können wir irgendwie noch ranzoomen, rauszoomen? Ne. Das war das Einzige. Anscheinend muss ich da hoch. Irgendwas Mulcher machen. Tourist! Errumschaft freigeschaltet. Schön. Hey, was macht ihr hier? So. Hier. Pappcola. Mülltonne. Komm auch noch durchsuchen. Wo ist hier eine Mülltonne? Bist du eine Mülltonne? So eine scheiß Mülltonne. Halt, stopp, zurück. Wo ist hier eine Mülltonne? Na gut. Na gut. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Weiter? Achso. Ich hoffe nicht. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freund. Ich sage nicht. Wo bleibt Matthew? Ich weiß nicht, was er an der er findet. Das sind keine armen Märchen. Wer quatscht denn hier? Nein, Herrschaften. Da oben. Ich spreche von... ...Kreffen. Produziert von Mr. Jeremiah Fink. Ooooooh. Na, besoffen Jungs. Da ist du hier. Kann ich deinen Popcorn klauen? Nee. Hallo, mein Freund. Mit dem redest du? Ich fang Grashot vor. Ist ja der Kracher. Ich lauf mal hier hoch. persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde. Ich sage euch. Das sind keine Hirngespinste. Das sind keine armen Märchen. Hier, ich möchte hier mal hoch. Nein, Herrschaften. Ich spreche von... ...Kreffen. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Alter Kracher, Kracher. Wer für euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck. Und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja... Der Prophet ist fair und freundlich. Ich will das haben. Und... Er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar... Das gibt's noch nicht. Was ist das denn hier? Cinematographen. Wurde es Propheten präsentiert. Er scheint, Jimmys Freund sei neidisch. Und Jimmys Pabst schenkt ihm eine Packung Minority. Oh, super. Rauchen. Klasse. Die einzige Marke extra für Kinder. Endlich mal. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Da kommt anscheinend nix mehr. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Das Hark. Junge Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Halter, falter. Diese Box Populi wieder mal. Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und Säde. Zwietracht. Keine Angst, ich weiß Rat. Großer Mann, jetzt zielen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. So. Alles klar. Weiter. Mehr. Der Kerl weiß, wie's geht. Na, komm schon. Los, ihr. Wir schaffen das. Lad schneller nach, du Penner. Da kommt noch mehr. Das muss ich sein. Erster Platz. Sie haben es verdient. Jaha. So. Nehmert doch. Cool. You have 40 seconds. You shoot the vox on the skyline. Halten Sie den Himmel frei. Haben wir das geschafft? Ich bin echt sprachlos, was man hier machen kann. Jetzt verfügbar für alle Bürger Kolumbias. Cool. Ist das krass hier. Zuckerwatt gibt's auch. Erzähl du was. Keine Axt. Ich weiß Rat. An die Flinte und los geht's. Sie, haben Sie das Zeug, unsere Stadt zu verteidigen? Ja. Ich auf jeden Fall habe ich's gerade bewiesen. Das gibt's doch nicht. Hottax. Hottax. Alexander Hottax. Boxerfone. Boxerfone. Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Ach was. Klagen Sie etwas, Freud. Was ist ein Boxerfone? Was ist ein Boxerfone? Alles klar. Kennen wir schon. Ein Stimmen-Wiedergabegerät. Ein Gewerzahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Da kommen wir gar nicht durch. Hi. So. Verkaufsautomat in Columbia. Verkaufen zahlreiche. Das ist da, wo ich draufstehe bestimmt. Nee. Das ist nicht. Nehmen Sie eine Notiz auf oder ein Lied. Wo ist Ihr Verkaufsautomat? Und spielen Sie es wieder und wieder ab. Ein Wierdorf. Ja. Ja. Wenn die schon was über ein Verkaufsautomat sagen? Daaa. Winividi Vigior. Verkaufsautomat. Äh. Burkender Brocco. Was ist das denn? Burkender Brocco. Für 375. Kann ich leider nicht nehmen. Äh. Wir haben bestimmt schon raus, was das ist. Irgendwann. Alter. Was bist du? The Handyman. Blumen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch? Oder eine Maschine? Nur columbische Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Bisschen mies, oder? Der arme Junge. Er wird zu traurig. Salzautomat? Was? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Das... Was? Was hat denn ihr jetzt gemacht? Salzautomat? Das... Was wiegt denn das? Mein Freund? Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist fresslos ausverkauft. Oh. Einzelt ist daher Wirbenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Geben Sie her. Jeder Auslande wird Ihnen zu Willen sein. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Was ist das? Das liebt Tonicum? Drogen! Bis, bis? Unterwege, die Maschinen in die Alliere. Alles klar! Hacken, sozusagen. Drücke, rechte Maustaste, während wir schon ausgedrückte Maschinen zu deinen Verbündeten zu machen. Alles klar! Verdammt, was war das? Projekte benutzen. Zeig mal was. Ach, da ist ja nur die Vorführung, was ist das hier? Salz habe ich voll. Ach, Salz ist hier... Ach, sieh an, der Abgeordnete Pewford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vor mir nicht verkannt? Komisch. Schön, an den Gentleman-Styles-Format auf unserem Jahrhundert begrüßen zu dürfen. Coole Sache, wa? Kopf oder Zahl. Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl. Äh, Münze werfen? Zahl. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch, nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Was, was? Mein Spiel hängt, nein, nicht hängen. Nein, nein, bitte nicht. Alles klar, danke. Die haben alle Kopf geworfen? Jahrmarktverlosung 1912. Was sagt man dazu? Das ist schon jeder, ein Jahr. Oh, mein Kind ist alles. Verkaufsautomarkt. Gesundheitskit plus 20%. Salz 100%. Äh. Schreibt Gesundheit wieder her. Jetzt ist auch schon wieder meine Folge. Ich bin vollkommen baff. Ich weiß ja auch nicht, was ich hier sagen soll. Ähm. Das ist voll. Ist das kein Medikit oder sowas? Was ist denn das? Für ne Scheiße. Egal. So, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich bin baff. Ich bin einfach nur baff. Ich weiß ja auch nicht, was ich sagen soll. Haut rein. Bis denne. Bis denne.